Ich habe eine Idee, was das ist, aber es klingt ein bisschen unglaublich. Was ist es genau? Bei Seek Thermal ist es eine Thermal Imaging-Technologie für alle. Wir haben hier in Europa gekommen, und wir haben unser kleines, portable, compact Thermal Imaging-Device, das eure Smartphone in eine Thermal Imaging-Kamera verändert. Ich weiß, dass es oft von großen Geräten für Experten gibt. Was ist die Idee, was ist die Technologie? Kann es genau das gleiche, wie diese große Dinge, die ich weiß, aus der Telefonie oder so? Ja, das ist eine gute Frage. Thermal Imaging hat Traditionell aus der Militär und der Regierung. Es hat seit ungefähr 35 Jahren gelebt, aber es kostet immer so viel, und es ist groß. Es ist großartig, so man würde es in Sachen wie Missiles und Rifles nutzen. Aber unsere Unternehmen haben uns auf die Vor-Fronte entwickelt, die Technologie zu entwickeln und machen es kleiner und kleiner und mehr affordable und accessible. Und so, wir haben es in Sachen wie möglich gemacht, und es ist etwas, was du mit deinem Smartphone benutzen kannst, mit deinem Smartphone, jederzeit, jederzeit. Und es hat die gleichen Möglichkeiten, um night-Vision und Predator-Vision zu geben, und um das Unsehen zu sehen. Und ich habe gelernt, dass es sehr einfach zu benutzen ist, also es kommt mit einer App, ist das richtig? Wie funktioniert es? Ja, es kommt mit einer freie App, und in dieser kleinen App, da sind 32,000 Sensors, die 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 Temperature zu sehen und die Temperature zu sehen. Und dann, wir das in eine Image zu verändern, damit Ihre Augen kann es sehen. So, du downloaden die freie App, und du plug in die App, wirklich einfach für iPhone oder Android, und du kannst mit der Zeit sehen. Wow. Das ist ziemlich powerful und ziemlich fantastisch. Und so, wenn wir aussehen, wir können über 2,000 feet, oder 600 m, in distance, und das Temperature zu sehen. Und wir können alles von minus 40 Celsius, bis zu 330 Celsius. So, es ist ziemlich powerful, und es gibt alle die Möglichkeit, zu haben Thermal Imagen, für Sicherheit, und Sicherheit, und zu sehen, in der Mitte der Nacht, und zu hunting, oder zu birden, oder zu finden, oder zu finden, die Energie verloren in deinem Haus. Mein Verständnis ist richtig. Es funktioniert day and night. Ja, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Thermal Imagen, wenn du, wenn du aufhörst, wenn du aufhörst, wenn du aufhörst, 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 2.99 Euro, including your VAT and Taxes, which is the same price as in America. For sure. A product with a great future. Tracy, thanks a lot. Oh, thank you so much.